Kirche wirkt manchmal wie ein geschlossener Verein. Glaubst du, gehörst du dazu. Glaubst du nicht, bleib bloß zu Hause. Fragen stellen kannst du in der Schule, aber nicht in der Kirche. Zweifeln darfst du an Aliens, aber bitte nicht an Gott. Aber was, wenn Jesus uns etwas ganz anderes lehrt? Fragen sind bei ihm erlaubt und Zweifler sind willkommen. Selbst wenn du sagst, ich kann nicht glauben. Aus welchem Grund auch immer. Aus welchem Grund auch immer.